Was ist das hier? Was ist das hier? Achso, du hast... Woll, geht los! Was ist hier los? Hast du mir gezeigt? Ja, hab ich. Dann checken wir mal das. Krass einfach nur. Wie das so oben links dort steht. Das ist ganz witzig. Das muss ich nur irgendwie mit einer Farbe hinterlegen. Ja, du spielst auch Vollgas mit. Du hast das auch gesagt. Ja, dann bist du dabei. Ja, dann bist du dabei. Hey, wo hast du jetzt die anderen? Voll crazy. Warte mal, bist du... Hey, wo hast du dich gewählt? Stopp. Ich bin doch schon dabei. Ja, ich weiß es eh. Hast du dich vom DLC-Store gehört? Oder was hast du gemacht? Vom Shop halt da. Beim Shop... Bei mir ist es kein Ananas. Bei mir gibt es nur eine Stockente. Normale Dinge. Ja, bei mir ist es ja nicht dort. Ich hab häufig Ananas. Da hab ich mir jetzt gerade gehört. Nein, ich hab ihn nicht. Oh Mann, ich will Ananas. Ananas. Wie viel... Ananas, Ananas, alle machen die Ananas. Wie viel Kudos hast du denn schon? Ich hab 7000 gehabt. Dann hab ich nur eine 610. Ich hab 15. Ich weiß gar nicht, woher auf. Vom Spielen, wenn du gewinnst oder verlierst. Ah, hab ich eh eine Bereiter. Ich hab vielleicht einmal Spielen gekauft. Jetzt macht sie alle Bereiter. Ich hab noch eine Bereiter. Ich hab noch eine Bereiter. Ich hab noch eine Bereiter. Dort suchen, oder? Ja, ja. Ich seh schon. Fliegen wir schon durch die Decke. Ab durch die Decke, ne. Ja. 56. Ich hab gehört, dass die wieder neue Levels jetzt machen, gell? Da gibt's jetzt irgendeine Update demnächst. Das ist interessant. Ich verliere irgendwie immer bloß bei den Team Sahnen. Echt? Ja, die ganzen Solo Sahnen gewinn ich meistens. Echt, oder? Bei Team Sahnen haben wir nichts mehr voll versagt, wo wir die Eier da klein haben müssen. Ah, bei die Eier. Ah, da war ich nicht mehr dabei. Da bin ich davor rausgefunden worden. Echt? Hast du davor rausgefunden? Ja, bei den Eier sammeln, ja. Da war ich nicht mehr dabei. Ja, das haben wir voll versagt. Auf geht's ab, jetzt. Hey, bei mir ist ein... ...a Ham... ...a Hotdog von mir. Wo bin ich runtergefunden? Ich bin auch runtergefunden, weil mich einer angeschubst hat. Der Dino. Ich hab's nicht mehr geschafft, auf die Wurst, auf die Erste draufzukommen. Ich schon. Wieder vorne dabei. Ja, ich bin auch recht weit. Ja, ich bin auch bei den Ersten dabei. Oh, nein. 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 Ich bin durch die Tür. Ah, ich bin durch. Oh, fein. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Auf für den Berg. Auf für den Berg. Oh. Oh. Ah, da bin ich dritter. Dritter? Gut. Ah, ich bin auch unter den Ersten 30 auf alle Fälle. Und genau 30 oder so. Ich bin genau 10. Da waren. Perfekt. Und runter. Mal geschafft, oder? Leer dabei. Weißt du das? Weißt du nicht, wo ist der Kili? Kann ich mir den Namen noch nicht erinnern, oder? Nein. Der hat doch rechts oben gesagt hab, oder? Ich glaube, ich weiß das. Weiß nicht, wo ist der Kili? Wie heißt das? Was hat denn die für Kostüme gehabt? Das ist so cool. Keine Ahnung. Was ist das? Na, bei Ananas, oder? Oh, nein. Die nächste Kacke hier, Alter. Ah, das ist echt gar nicht so einfach, ja. Vor allem, wenn du nicht ganz vorne dabei bist, dann ist es echt schwierig danach, ja. Oh, ich bin ganz weit vorne. Oh, das ist gut. Ich bin ganz hinten. Oh no! Oh, Gottes Willen. Oh, ich bin jetzt schon runter. Ich bin schon runtergeflogen. Oh, jawoll, ich bin durch. Das erste Mal, das erste durch. Gut, das erste Ding hab ich schon mal. Boah, ich bin der Erste noch, ich bin noch ganz vorne, ich bin der Erste. Ich bin fast ganz hinten, naja. Ich bin auch wegfallen. Ich bin einfach so Erster, das ist einfach so krass. Ey, du bist so schlecht, du. Nein, jetzt bin ich auch wegfallen, ich bin so ein Tipp, beim letzten Stück. Ja, dann war ich links, Manns. Nein, beim letzten Sprung, ich bin so schlecht. Wie hat mich das jetzt versorgt? Was wolltest du gerade sagen? Ja, du dummer Wolf, wollte ich sagen. Ja, klar. Das bin ich doch gerade. Oh nein, jetzt rutsche ich runter, weil alle so auf dem Ding standen sind. Oh, ich bin drin. Siebter bin ich geworden. Was, wie? Siebter bin ich geworden. Oh, ich bin auch dabei. Da komme ich. Hager? In Schwarz. Hey, der hält mich fest, der Sack. Was soll denn das? Hager, wie ist das, wo bist du? Hey, so ein Sack. Wir kommen nicht auf, Fick. Wo ist der Hager? Was bist du vorne? Ananas? Oder Dino? Ah, ich bin von meinem Zwanzigster. Ja, passt, ey. Der Dino, wo ist er, der Dino? Der ist da drin? Ah, okay. Ich bin schon dran da. Mei, süß da oder winkt ein Ananas. Wie gemein. Willst du zum Schluss stehen bleiben, bis der Ananas kommt? Hm. Ich hab dich nicht gesehen. Habt ihr alle drei jetzt Ananas oder wie? Das kann ich nicht mehr. Ich habe Ananas. Der Hager auch, oder? Ah nein, der Dino. Der Kilian hat Ananas. Ich bin der Dino. Ich denke gerade nicht. Da rechts unten, oder? Der zweite von rechts unten. Das ist links dritte Reihe. Links dritte Reihe? Ganz links. Verbindungsvieler. Verbindungsvieler. Ah, die Versager. Halle, okay. Oh, Mann. Das waren 10.000 Punkte, die du jetzt verdient hast. Ist das so gut? Ist das so gut? Ja, okay. Ein scheiß Drick, ey. Der Kilian ist gar kein Ananas. Der ist so komisch gestreifter, der Hans Wiener. Ja, das ist schon immer. Mein Gott, das sind Kars. Ja, echt, ey. Das waren ja so die Haferpunkte, die wir uns jetzt abgegangen haben. Wow, fuck. Ich war bis zum Schluss noch Erster. Und dann habe ich den allerletzten... Also... So einen Versagersprung, was ich da gemacht habe. Wie viele waren so gut dabei? Wir waren alle vier noch dabei, oder? Das Spiel wollte es nicht, dass wir alle vier dabei waren. Das ist einfach langsam in den Griff kriegen, die Serverprobleme. Ich meine, das... Das nervt, ja. Aber ich spiele es einfach so genial einfach. So behindert einfach genial. Es ist einfach Takeshi's Castle, gell? Ja, das stimmt, gell. Ich muss einmal zum Schluss sehen. Das Ding waren. Dieses... Autofahren und... Das Streamen. Ich schau. Ja, das habe ich ja gar nicht gespielt. Ach, das ist noch nicht. Das ist nicht so schwer. Du musst immer die Pfeile mitbewegen, weil sonst ist es schwieriger. Oder sonst brauchst du länger. Ich fasse dich da drauf. Ja, aber manchmal ist es so blöd, wenn du die ganze Scheim ausfahren musst. Aber fahr trotzdem die ganze Scheim aus. Und man! Wenn du im Pult drinnen bist, dann bist du immer so verrotzt. RATZT! Hupen ab. Oh no! Oh, du schadest nicht gut aus bei mir. Ich bin auch weggefallen. Ich bin nur dabei. Alles klar. Mann, wer hält mich da immer fest? Fest. Ah fuck, da geht der runter. Ah, da muss ich... Ah, fuck, ich bin nicht gesprungen. Das ist gemein. Oh, nein, mir hat da irgendeine Kugel überrollt. Ich bin dabei. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, ich bin 40. Alle dabei, oder wie? Ich bin auch gerade noch reinkriegen. Ach, zieh die zwei. Ich glaube, der Kidi dabei ist. Ich glaube, da sind zwei Ananas drauf. Ich glaube aber der Kidi ist da gestreift. Ich bin mit einer Ananassschale, glaube ich. Ja, der ist ja schon da. Der ist da unten links. Die zweite von unten. Links. Die zweite. Nein, ich glaube, die sind unterschiedlich angeordnet. Oder? Ah, ja. Ja. Ich glaube, ich habe ihn jetzt am Schluss noch gesehen. Tür rennen. Dreisel. Der Kreisel. Der Kreisel. Wie heißt das Ding? Ein Dreidel, oder? Ein Dreimal. Nein. Das ist so lustig. Das Wort. Ich bin ganz vorne dabei, oder? Ich bin voll unfair, hey. Total unfair. Da ist mal zusammenrinnen. Und Fili ballern lassen. Nein, wir zurückballern. Ja, klar. Wie crazy. Das ist eine Scheiße. Mann, du wurscht. Geh auf die Seiten. Hey, wir nebeneinander. Der Kili und der Hager und ich. Ich schau weh. Oh nein, jetzt hat es mich erwischt. Ich kann nicht. Mein Kili auch. Im Versager. Okay. Es geht nur noch ums Durchkommen. Erster kann man nicht mehr werden. Ja, ist egal. Hauptsache, man kommt durch. Ja, aber beim... Ich weiß nicht, wann kriegt man die Krone? Wenn man komplett erster ist, oder wenn man... Ähm... Oder ist er anders gewesen? Da kommst du nicht durch in der Mitte. Genau. Keine geht. Das habe ich nicht so geschafft. Nein, ich weiß sie nicht. Okay, ich bin schon reich. Jetzt ging's. Ich bin sechster geworden. Hagermann. Danke, irre. Vorsicht. Wieso schmeißt sie mich jetzt immer? Komisch. Immer beim Hüpfen schmeißt sie mich. Ich glaube, wir wünschen, dass wir gleich aus einem Gruppenentümer sehen können. Ja, das stimmt. Mir interessieren die am meisten eigentlich. Oh nein. Also ich habe es geschafft. Ich bin auch durch. Kili weiß ich nicht. Kili war jetzt glaube ich noch dort oben gestanden, oder? Nein, Kili. Ich glaube, oben. Ganz oben. Ganz oben ist er, glaube ich. Auf der linken Seite. Ich habe mir gedacht, er hätte auch so eine Schüssel wie du. Er hat ja eine Schüssel ganz oben links. Nein, der ganz unten rechts war er. Von mir aber ganz oben. Ach, keine Ahnung, aber das ist ja doch anders. Waren wir nur noch rein? Ah, das habe ich noch nicht gemacht. Ach. Das ist total easy. Das ist viel zu einfach. Ich habe schon einfach da hinspringen, wo alle sind, oder? Ja. Los geht's. Melone und... Was ist das eigentlich? Aprikosen, oder was ist das? Pfirsich. Pfirsich, glaube ich, ja. Mann, lass mich los, du. Zipfel-Zapfel. Oh, ich stehe richtig. Ist er noch runtergefallen? Ne, oder? Nein. Annen? Pfirsich? Annener pfirsich? Annener pfirsich? Annener pfirsich? Wo war der pfirsich? Pfirsich? Hier? Hier? Hier ist pfirsich? Аpa? Wo war das denn eigentlich da runtergefallen hier? Ich hab die fast abgeschmissen, Gartle Boah, ah, die haben mich abgeschmissen Mann! Ah, ich bin ausgeschmissen Juhu, ich bin dabei! Ah, bei der letzten Runde nur aussehen Leck mich am Arsch Das ist gemein, hey Bist du dabei, Jonas? Ja? Ja! Wo ist der Kili? Kili ist auch raus, oder? Doch, da oben ist der Kili gewinnen, glaube ich Ja Ach, Gott Jetzt ist wieder der Kass Haha Aber ich zum Schluss, das höre ich auch mit einem festigen Profone Er war schon fast oben BAMS So Oh Mann, ich bin ganz hinten starte ich Ah, der Kili ist noch dabei Ich sehe den Kili Ich sehe den Kili Oh, super Jetzt kommt's einmal Fiesig, Klumpen auf mich zu Hey, bewegen mich eben schon noch vorwärts Boah, hey Oh Gott, 16, das schaffe ich nicht. Wow, die App hat mir jetzt sowas von der Wisch. Achille hat es noch geschafft. Achille ist drin, ja. Kannst du auch schaffen? Ja! Bin drin! Scheiße! Ich bin raus! Verdammt! Ich bin der Erste, der raus ist. Ich kann nicht mehr. Naja, der Hager ist vor dir raus. Ich bin auch vorher schon raus, ja. Achso, dann habe ich... Nein, ich meine jetzt von der... Ich war jetzt gerade noch durchgekommen, meine ich. Achso. Wenn jetzt einer mehr durchgekommen wäre, wäre ich noch qualified gewesen. So war alles gemeint. Ja. Ah, das ist die letzte Runde, gell? Jonas, wenn du da ganz oben an der... an der Krone bist, die muss man in die Hand nehmen. Du musst die greifen, oder? Oder eine Kili. Er zwei, oder wie? Er zwei, ja. Und du musst genau... Du musst warten, bis die Krone hier unten ist. So, jetzt schauen wir mal, wo der ist da. Da ist der Kili. Schauen wir mal, was der Kili so treibt. Nein, der hat's gefasselt. Okay. Da ist der Jonas. Da ist er. Du musst zwar die anderen lassen, gell? Ja. Ja. Wir haben das mit der Schüssel an, glaub ich auch nicht. Ja, hab ich. Hab ich, hab ich. Ah, der Kili ist weiter vorne. Da haben wir, der Kili ist. Kili, Kili, Kili. Oh, der Kili. Da ist auch einer schon oben. Zwei ein schon oben. Ja. Ja. Da ist immer der Savior, oder wie. Nein. Das ist doch die mit den, ähm, die Honigwaben. Das gibt's ja auch noch. Ich weiß nicht, ich war noch nie so weit. Ja. Ja. Und, gleich noch eins, oder? Ich bin dabei. Jaja. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man da während der Flugphase den Typen erstellen kann. Dass man da irgendwie rumfliegen kann. Ja, das wäre das erste Mal, wenn wir schauen, dass die Server-Geschichte hinzukriegen und danach können wir schauen, dass wir extra, was wir beim Loading-Screen einbauen können. Ja, da jetzt beim Loading-Screen, dass man da einfach ein bisschen rumfliegen kann. Weißt schon, Jugo hat gesagt, das wäre doch lieber erst mal schauen, dass die Server-Probleme hinzukriegen. Weil nicht so ein Problem. Ja, dass man, wenn man einen Namen anzeigt, dass der Server nicht aufkackt. Wenn ihr die da einfach nur Fall-Guy-Hashtag-Schieß-Mit-Dohen heißt. Nein, Hashtag gibt es gar nicht. Oder? Die hast du doch ohne Hashtag. Natürlich ist der Fall-Guy-Hashtag irgendwas. Ich habe mir gedacht, ohne Hashtag. Aber wir haben jetzt gleich sehen. Wir haben gleich sehen. Fall-Guy-Nummer-Irgendwas. Ja, Nummer schon. Aber ohne Hashtag. Nee, das finde ich Hashtag. Hashtag heißt ja Nummer. Ja, aber ich glaube, dass kein Hashtag dabei ist. Sondern nur die Nummer. Bist du sicher? Bist du sicher? Nein, sicher nicht. Aber 50-50. Bist du jetzt nicht? Oh, ohne Nummer. Also schon mit Nummer, aber ohne Hashtag. Auf geht's. Wer ist mit Griff, Alter? Ja, das wollte ich ja. Genau. Mach, wie ist heute jahrelang. Ja, ist das gar nicht hier, die Gratler. Ja, ist brutal. Ich bin so schnell. Ich kann nicht mehr Flash-Gordon. Nein, Flash-Gordon. Ja, Flash-Gordon ist doch der von Batman, oder? Nein, Flash-Gordon ist doch so eine alte Helden-Serie gewesen, oder? Oh, das kann jetzt ein bisschen knapp bei mir werden. Oh, ich hab's nicht geschafft. Nein, bravo. Ja, klar. Paper of the Universal. Wir wollen sowas anderes, das war Hope of the Universal. Help of Deliverance. Na, jetzt fliege ich runter. Na, genau da und ich hab das Ding. Ich raste hier komplett aus. Äh, ab und zu. Ah! Den Pissau, ich wüsste gerade ihre Springer, Kinder. Das ist nicht für ein Ei. Hey, lass mich raus da ein. Ey, ich fliege die Qua- Bist du noch da? Ja! Ich bin aber schon wieder auf der Plätze. Das lässt mich verfickte Axt wieder rüber, oder? Oh, der Dino! Der Dino! Ja, ich bin rübergekommen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich bin drin! Dino? Dino, oder? Ja, ich bin drin. Ich muss sehen, wie auch ich glaube, da ist. Ist der Kilian noch drin? Na, ich denk schon, oder? Das hat kein so Versager wie wir, Oli. Ist er? Nein, er ist noch dabei. Kili, wie lange schläft denn die Julia noch? Die ist gerade erst mal eingeschlappt, weil der geht jetzt nicht gut. Oh! Krank, oder was? Von Gile spülen wir den ganzen Tag. Oh! Oh wei, ich bin schwanger. Er ist ja vorwärter Kil. Ja, scheiß. Spaß! Aber Spaß wurde ernst. Wortwörtlich. Und Ernst ist heute drei Jahre alt. Ich geb's dir, dass ich den Sprung nicht schaff. Oh, jetzt hab ich den nächsten Sprung nicht geschaffen. Ich bin so schlecht. Ich bin sogar genauso schnell wie die anderen. Oh, nein. Oh, Gottes Willen, lasst's mich durch! Das ist alles verdammt, eh. Oh! Lass's mich durch, ich bin Arzt. Ich bin drin. Ich bin auch drin. Und Grubel, du drüber! Herr Grubel! Ich bin drin. Ach, Gott... Ich bin schon wieder. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich glaube, wir sind die einzigen Swans, oder? Ich hab keine Ahnung! Traube, traube, traube! Traube, 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 banane, banane, banane! Banane, banane, bis ich in Laune! Wer ist da? Ja. Anni, traube, die ist vernachlässlich. Ah, Mist, jetzt bin ich gerade angerufen, weil ich nicht so weh. Versagt. Oh, aber nicht so weit! Ja, dieser Eisbecher, der noch gerade reinkommen ist. Ja. Warum die Indie ist? Ich glaube, es ist eh keiner raus, oder? Der Weile. Wie? Der Weile. Der Weile. Der Weile. Da war mein Geschenk. Wie es jetzt eine Bombe war, ist es ganz cool, wenn du mit den Eiern vorn bist, dann musst du bei den anderen einfach die Eier aus dem Netz rausschmeißen. Welcher Farb sieht es hier? Rot. Rot. Einfach fallen lassen da, brauchst du gar nicht einen Eier verhaken. Genau, und jetzt einfach außerschmeißen und dann die nächsten Ohr außerschmeißen. Piste steht da oben. Der Ninja, der Hals. Oh, rot ist weit vorn. Das ist gut. Außer mit den Ohrenhagen. Jawohl, ist schon draußen. Und das nächste, hol die nächste Ohr. Schmeiß einfach raus. Jawohl, ich habe ein Goldenes geklaut. Nein, 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 du Arsch. Ah, weg mich. Nein. Der One hat es wieder. Nein. Geh weg. Ah, er hat es wieder. Jetzt hör auf, wie der Radel, der mich gepackt von uns. Oh, oh, das wird knapp. Schmeiß einfach bei den Blauen ein bisschen raus. Oh, oh, das verliert sie ja. Schmeiß bei den Blauen nicht raus. Oh nein. Oh nein, jetzt ist ein Blauer drinnen. Oh, oh, schmeiß das raus. Schmeiß alle hier raus bei den Blauen. Oder schmeiß bei den. Oh, das ist einfach so voll dran. Oder, oh. Nein, das ist der Europa. Gut, es ist ja nicht. Er hat es aber verloren. Nein, habt ihr nicht da. Schmeiß raus die Blauen. Schmeiß einfach nur raus. Einfach nur rausschmeißen, Jonas. Nicht raus drangen, sondern einfach nur rausschmeißen. Raus mit der goldenen, dann habt ihr es gewonnen. Ja, jetzt ist er wieder dabei. Nein, jetzt raus. Jetzt, jetzt, gleich, gleich stand. Rausschmeiß, schmeiß raus das Ohr. Dino, schnell. Jetzt hat es wieder dabei. Jetzt hat es dabei. Jetzt hat es dabei. Schmeiß die Ohr raus. Schnell, 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 schnell. Dino, raus damit. Schmeiß raus. Jawohl, jawohl. Ihr habt es dabei. Ohr mein Gott. Raus und raus. Ab, nein. Bons oder Blingsy? Bik und a Krab. Bissi. Oh Gott, war das knapp. Allerdings sehr. Bissi, wo ist eh. Misericillian oder besser? Ah, ich weiß nicht, er hat es noch ziemlich viel, oder? Ich nehme ihn jetzt noch lang. Das Stecklein wird. Ja. Das mache ich nicht mehr. Oh, oh, weiß ein bisschen. Okay, doch. Rundklub. Ach, das ist ganz... Hast du schon mal gespielt? Die zwei Dinge, die zwei Dinge tragen sich gegeneinander. Also, der eine in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Nein, man kann es ja nicht... Nein, hey, das Tranz ist in die gleiche Richtung. Ich habe mir gedacht, die haben ja nicht mehr einen anderen. Also, der unterte ist schneller. Wie Pocker? Nein, kann es nicht. Der unterte ist schneller. Also, der wird immer schneller, bis dann so viele draußen sind. Ah ja, acht Leib müssen ausscheiden. Wie ist das denn? Guck mal. Vierde sind schon raus. Nur vier müssen rausklingen. Wow, das war eine Glacke. Wir können auch eine Glacke. Das war wirklich ein Glück. Jawoll, dabei. Kein Problem, ich hab so mit Marifat ausgespüßt. Kinn ist auch dabei. Jetzt macht sie es. Jungs, macht ihr das Ding. Hä, ich hab mir gedacht, das hat rausgefallen. Ja, das... Dann hat die anderen gleich rausgegangen. Ja, ich glaub schon, dann sechst du es nicht mehr. Wahrscheinlich. Ja, jetzt geht es wieder darum in die Krone, oder? Nein, nein, es geht nicht. Ah, da hat der Krone. Ja, da... Da gibt es die Taktik, dass die bis ganz runterfallen lässt. Und unten alles weggekehrt, äh, läufst, sodass die anderen einfach durchfallen. Das probier ich gleich mal aus. Und in der mitten anfangen. Fangen von mitten, in der mitten die Quader wegzumachen. Ja. Ja, ganz oben. Oh, genau. Noch eins, noch eins, noch eins unter. Macht klar. Genau, den machst du jetzt alle weggekehrt in der mitten. Von der mitten her. Genau. Und ihr wisst jetzt ja, dass ihr komplett außen Oli abbefallen müsst, gell? Also Hager. Ja, aber dann wird nicht alles weggekehrt, aber einiges. Ja, aber einiges, ja. Lauf nicht immer zu weit, du musst ja noch länger überleben, Jonas. Versucht, dass du einen laufst. Jawoll, so ist es. Grandios. Grandios machst du das. Also da fliegt Oli dann doch. Jawoll, ich schau hier die erste schon durch. Der ist nicht vor. Oh nein, oh, das wird hart. Oh Gott. Drei sind durch. Oh, schneid einen ab, schneid's ab. Traum. Jawoll. Genau, perfekt. Geil, Jonas, du hast das geil gemacht. Nein! Das ist unglaublich. Oh, ich bin auch weglasch. Du bist so blöd. Der Kili ist noch dabei. Der Kili macht's. Der Kili ist wirklich noch weit oben. Oh. Nein, nein, nein. Kili, komm. Kili, ja. Der Kili macht das. Der Kili macht das, klar. Der Kili hat gewonnen. Jawoll, Kili. Der Kili. Der Kili. Der Kili. Der Kili. Der Kili. Der Kili ist auch raus. Der hat das scheiß andere Hof da hin. Das blöck. Das behindert ja doch einfach irgendwie. Ah, ich bin jetzt raus. Wieso? Eins geht noch oder? Ah, ich bin Jonas, einer geht noch. Nein, weil ich jetzt dann weggebeiß. Achso. Ja gut, dann. Kili. Ich hab ja geschaut, ob der noch mal gespielt. Der Kili ist auch raus. Ja, der ist auch raus. Ich bin mal durch die Stimme. Ja, Hager, da machen wir noch eins, oder? Ja. Ich bin noch eins dabei. A Manna! Warte, das ist der Kili das erste war, gell? Ja, Kili das erste war. Viel Spaß dabei wäre ich. Servus, viel Spaß, gell? Ciao! War das... Nein, da bin ich vorher versagt. Bei dem anderen, wo die Laufwege am Anfang sind, die Würstchen. Ich muss sagen, die rennen die Koni mittlerweile alle eigentlich relativ gut. Mhm. Aber du, ja, mit den Gefahren, da bist du jetzt einfach runtergefasselt, oder wie war das jetzt bei dir? Ja, ich habe am Anfang nicht so ganz verstanden, um was es wirklich geht. Mhm, ok. Oh, ich bin ganz vorne. Ich bin ganz vorne. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin gerade hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich mach das als erster. Schau mal. Oh. Ich bin hier. Oh nein, jetzt lasse mich. Oh man. Versagt. Oh, wieder versagt. Oh, wieder versagt. Ich weiß jetzt nicht, dass ich es geschafft habe. Ah! Shit! Oh, man. Okay, ich bin froh, wenn ich es überhaupt noch schaue jetzt. Ananas, auf Zeiten! Oh, du bist runtergefallen, oder? Nee, ich hab's geschafft. Bin lieber da. Mann, lass mich los, Ananas! Was stimmt mit dir nicht? Ja, ich hab's geschafft. In der Mitte durchkommen ist echt ganz schön weird. Ich nutze das gar nicht mehr zum Durchkommen, sondern einfach damit ich eine Plattform weiterkauen werde. Aber du gehst da langsam drüber, oder? Also nicht hupfen, weil wenn ich hupfe, dann haut es mich immer so weit weg, dass ich ewig wieder von vorne anfangen muss. Nein, ich hupfe eigentlich schwer. Okay. Hm. Ich muss mal zuschauen, wie du das machst, dann. Ey, geil, da gibt's eine Eule. Die ist schon da nice aus. Hm. Ein Baseballspieler. Das ist unglaublich, wie viele Skins es da schon gibt, oder? Ah, what's next? What's next? What's next? What's next? Ah, okay. Yes, okay. Achso, wir müssen die Bälle bei uns beuten, quasi. Ah, okay. Ja, genau. Wir sind ja im gleichen Team. Ja. Ist ja immer so, oder? Äh, weiß ich nicht. Vorher waren wir nicht alle im gleichen Team. Doch, ich glaub schon, dass das so ist. Jawohl. Schmeiß's rein. Schmeiß's rein. Ähm. Fast. Jawohl. Wir haben drei Bälle. Oh, nein. Der Blaue hat... Wir haben erst zwei Bälle eigentlich. Catch em. Jawohl. Dino, den holen wir uns. Bin über dir. Wir haben null Bälle gerade. Was geht ab? Äh, jetzt haben wir drei. Oh, jetzt haben wir null. Man, die Gelben schmeißen den zum Blauen rüber. Stimmt mit euch nicht, oder? Oh, das schaut nicht sogar aus für uns, oder? Ah, da ist noch alles dran. Boah, der Blaue hat den Gschaden in den Geschossen. Oh, ich geh mal gleich mal hinterher, ja. Oh, nein. Jetzt gibt's Verlängerung. Oh, nein. Jetzt sind wir raus, oder? Na? Ja. Jetzt sind wir wieder drin. Jetzt sind wir raus. Ja, haha. Verlängerung nochmal. Ich kann nicht mehr. Ja, jetzt haben wir vier. Das ist geil. Jawohl. Ja, haha. Uh, das war voll knapp, ey. Ich wollte das in einer Game noch rausbuchsen, weil keiner mehr aufgepasst hat. Das ist voll die gemeine Taktik, wenn du die anderen einfach die Bälle klaust, oder die Eier. Ja, haha. Ich krieg das halt nicht immer hier, dass die hinterher kommen. Die sind einfach immer zu schnell, irgendwie. Naja, wir haben weiter. Meistens zwiebeln die da immer hinterher. Mhm. Oh. Ach. Das ist so ein totales Glücksspiel, das Ding. Oh, klar. Wobei, wir haben einen Haufen noch. Dann geht's noch. Also, da lass ich immer die anderen runterfallen. Und dann geh hinterher. Außer bei den ersten zwei Mal lauf ich einfach wohl drüber. Könnte sein, dass ich mal irgendwann mal durchkomm. Okay, ich hab mich geschafft, dass ich durchkomm. Ah, da hat mich einer runtergeschopst. Ich hab's geschafft, ich war noch gar nicht drüben. Das ist ja crazy. Ich glaub, ich wär sogar runtergefallen. Ah, so knapp. Bist du nicht mehr dabei? Nein, ich bin nicht mehr dabei. Das war jetzt halt richtig knapp bei mir. Ich glaub. Um zwei Leute gerade. Ich war, glaub ich, echt runtergefallen. Ich war, ich... Also, wenn die Ziellinie weiter hinten gewesen wäre, hätte ich's nicht geschafft, weil ich runtergefallen war. Oh, die Blockparty. Schaust du noch zu, oder bist du für... Ja, ich schau noch zu. Ah, okay. Ich bin der Schwarze. Warte. Danke, Dampfnotter. Jetzt hätt's mich fast runtergefasselt. Warte. Hö weiseser. Oh, va ja. aquifst du noch mal vor? Ja, varte. Kannst du mir nach. nhin?", Schon ausgeschieden nicht, gell? Nein, das ist jetzt nicht. Oh nein! Juhu! Ah, zwei sind schon rausgegangen. Ach du, wer wird es jetzt? Juhu! Diese Rolli fast geschafft haben. Vier hören raus, oder? Vier, glaube ich. Ja, vier sind raus. Naja, aber die hören dann schon früher raus, und deswegen seht das nicht, dass sie rausplissen. Und das ist eigentlich blöd. Was wird kommen? Glaube ich, ist ja in der Finale, oder? Ja, komm, gut sein, ja. Ah, ja! Die Krone fangen. Tsk 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 tsk. Hm, hm, hm. Zuck Boah Mist Ah, du bist weiter vorne gerade Boah, Mist Du warst Ja, jetzt halt, hey Ach, Mann Ok Verkackt Wahnsinn, hey Das ist kein guter Weg, da wo ich bin gewesen Wo ich Bin gewesen? Ich weiß nicht so deutsch Wie hieß denn? Bin gewesen Ein mehr als gewonnen Mal schauen, wie viele Punkte ich das jetzt noch kriege Äh, ich bin jetzt noch ein Level aufgesteckt, das passt Ah, das könnte Ah, gelangt? Nein, gelangt nicht Bei weitem nicht Aber wobei, knapp Was macht man mit die Kronen? Ähm, ich glaub, du kannst da auch sagen kaufen So Also, ich bin dann auch mal weg, ja? Ja, hab ich ja Ketscha